Andreas Rainer Neuendorf, auch bekannt unter seinem Spitz- und Künstlernamen Zecke, ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Profikarriere. Der Mittelfeldspieler war lange Jahre in der 1. Bundesliga für Bayer 04 Leverkusen und Hertha BSC aktiv. Von 2007 bis 2010 spielte er für den FC Ngoalstadt 04, mit dem ihm der Aufstieg von der Regionalliga Süd in die 2. Bundesliga gelang. Seit der Saison 2010-2011 spielt er für Hertha BSC II in der Regionalliga. In 157 Bundesligaspielen erzielte der Mittelfeldspieler 14 Tore. In internationalen Pokalwettbewerben kam er insgesamt zu 15 Einsätzen, davon 8 im UEFA-Pokal und 7 in der Champions League. Im Spiel des UEFA-Pokals gegen Halmstedts BK erzielte er sein einziges Tor bei internationalen Vergleichen auf Vereinsebene. Für die Deutschland-U21-Nationalmannschaft bestritt er 23 Spiele und erzielte einen Treffer. Seine größten Erfolge waren zudem die Wietzen-Meisterschaft 1997 mit Bayer Leverkusen, sowie jeweils der dritte Platz mit Bayer Leverkusen und Hertha BSC. Zur Saison 2010-11 kehrte Neuendorf zur Hertha zurück, wo er in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Anfangs aber auch der ersten Mannschaft als Standby-Profi zur Verfügung stand und am 12. Dezember 2010 gegen den FC Lehrzgebirge Aue zum Einsatz kam. Am 24. Mai 2014 spielte er zum letzten Mal in der zweiten Mannschaft von Hertha. Seitdem arbeitet er in der Jugendakademie des Vereins. In der Saison 2014-15. arbeitete er als Trainer des Berliner Landesligisten BFC Preußen, mit dem er auf Anhieb Meister wurde. Im Sommer 2015 wechselte er, nun als Trainer der U15-Nachwuchsmannschaft, zurück zu Hertha BSC. Der 1,78 Meter große Berliner ist geschieden und hat ein Kind. Spitzname Den Spitznamen Zecke bekam Andreas Neuendorf von seinem damaligen Mannschaftskollegen Ulf Kirsten nach Neuendorfs Krankenhausaufenthalt wegen eines Zeckenbisses. Um seinen Spitznamen nach den Statuten der Deutschen Fußballliga GmbH auch auf dem Trikot tragen zu dürfen, musste Neuendorfer diesen zuerst als Künstlernamen im Personalausweis eintragen lassen. Dies erreichte er, indem er zwei eigens gefertigte Ülgemälde versteigern ließ. Seit 2002 darf er wie etwa brasilianische Fußballspieler seinen Spitznamen Zecke offiziell auf seinem Trikot tragen. 2006 hatte Neuendorf einen Cameo-Auftritt im Video zu Sonnenbank-Flavor des Berliner Rappers Bushido. Letzterer trägt in dieser Szene ein Trikot von Hertha BSC mit der Rückennummer 20 und dem Namen Zecke darauf. Ferwer! Ferwer! Emilia, B вместе 취미,